Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Cardomania Stuttgart. Für die, die es nicht mehr wissen, ja, ich bin Marcel. Tim ist gerade hinter der Kamera. Moin. Wir wissen, es ist sehr, sehr lange her. Warum ist es sehr, sehr lange her? Wie es überall im Berufsleben ist, Urlaub, viel private Themen zu erledigen. Wir haben gerade ein extrem hohes Aufkommen hier bei uns auf der Cardan, was das Drehen leider etwas schwieriger macht. Deswegen nehmt es uns nicht übel. Wir sind heute extra, jetzt nach 8 Uhr noch da und drehen für euch, bis wir wieder genug haben. Von daher, nehmt es uns nicht übel und wir starten heute entspannt durch mit ein paar Fragen, die in der ganzen Zeit einfach uns gestellt wurden über YouTube in den Kommentaren. Die wollen wir einfach mal beantworten und natürlich dürft ihr euch auch für die Zukunft wieder für, ja, oder auch ganz, ganz, ganz lustige und idiotische Videos und aber auch informative und wichtige Videos freuen. Von daher, lasst uns nicht viel Zeit, ähm, ja, verspielen oder verscherbeln, wie man so schön sagt. Tim, auch mal raus, die erste Frage. Bevor wir anfangen, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, ihr wisst. Das ist keine Frage, ist eine Aussage, aber macht es trotzdem. Okay? So. Los geht's, bin bereit. Start mal mit der ersten Frage, und zwar hat jemand einen Kommentar geschrieben, ich bin 13-Fahrer Slalom-Card mit Lizenz, ähm, darf ich dann die Erwachsenen-Cards direkt fahren? Ah, gut, also das ist, ich denke mal, da geht es ja darauf hinaus, dass er schon Vorerfahrungen hat und vielleicht auch ein bisschen professionellere, ähm, die Größe spielt bei uns die Hauptrolle, ja, also wenn du, was ist so lustig? Ach nix, nur die Größe. Ja. Tim! Also, die Größe spielt bei uns eine Rolle, ja, aber wir reden natürlich von der Körpergröße. Ihr braucht für die großen Cards mindestens 1,50 Meter, ähm, die braucht ihr mindestens, damit ihr einfach gescheit an die Pedale und ans Lenkrad rankommt. Da spielt es weniger eine Rolle, wie alt ihr seid oder wie jung ihr seid. Wenn ihr sieben Jahre alt seid und ihr seid 1,50 Meter, dürft ihr auch die Großen fahren. Dann haben wir die zweite Frage, geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man eine GT-Master-Lizenz hat, darf man dann direkt ohne Überwachung einen neuen PS-Card machen? Also, überwacht wird hier sowieso keiner oder doch eigentlich schon beobachtet, werdet ihr hier auf jeden Fall. Die neuen PS-Lizenz ist bei uns eine hausinterne Lizenz, auch wenn du jetzt zum Beispiel eine Profi-Lizenz haben würdest. Ich meine, okay, sind wir mal ehrlich, wenn jetzt hier Sebastian Vettel oder Louis Hamilton reinlaufen würden, und er würde sagen, der würde natürlich fahren dürfen, aber wir kennen ja euren Stand nicht, wie gut ihr seid. Auch wenn ihr eine Lizenz habt, wir haben hier einen Streichasphalt, das ist nochmal komplett was anderes und wir möchten einfach sicher gehen, dass ihr hier mit dem Belag und mit den Cards zurechtkommt. Heißt, ihr müsst immer erst einmal mit den 7er-Cards fahren, damit wir gucken können, okay, habt ihr die Fähigkeiten, eine neue PS-Lizenz zu haben, weil es ist auch schon vorgekommen. Jemand hat gesagt, ja, ja, ich bin Profi-Card-Fahrer und habe auch schon irgendwelche Meisterschaften, kleineren Junioren-Cups und so gewonnen. Dann haben wir den in eine 7er-Card reingesetzt und der hat ja gar nichts zusammengekriegt. Ja, ich will darauf hinaus, erzählen kann man uns einfach viel, von daher sichern wir uns dahingehend ab, zu sagen, okay, ihr müsst ja eine gewisse Rundenzeit fahren und eben das Cards auch unter Kontrolle haben. Geht vor allem auch um unsere Sicherheit, wenn wir auf der Strecke sind. Bei den 7 PS können wir euch noch ein bisschen mehr kontrollieren. Richtig. Da gibt es ja mich ein Schlossel, was wir auch in einem anderen Video erklären, aber bei den 9 PS eben nicht und damit wir auch safe sind auf der Strecke. Ja, ihr müsst einfach verantwortungsbewusst fahren und um das einfach reinschätzen zu können, wie ihr seid, müsst ihr immer erst, bevor ihr die 9 PS-Lizenz machen könnt, einmal in den 7er fahren und 18 müsst ihr sagen. Dann haben wir die nächste Frage und zwar, wie behält man die Verfolger im Blick? Es gibt ja keinen Seitenspiegel bei dem Ding. Naja, das ist ein guter Punkt, ja. So wie man es halt vom Autofahren generell auch kennt, Schulterblick ist das A und O. Ich sage mal so, wenn der Gegner direkt hinter euch fährt, auf, naja, direkt in eure Spur fährt, ist er A, kein Gegner, weil er kann nicht an euch vorbei, das ist mal der Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn er versucht irgendwie reinzustechen, dann müsst ihr euch wirklich zur Seite umdrehen. Meistens reicht es schon so, einen Schulterblick zu machen, ihr müsstet sich im Kart sitzen und so machen, das nicht. Aber ich sage mal, das funktioniert nicht, ja. Aber das Hauptding ist ja, du konzentrierst dich beim Fahren ja eher nach vorne und wenn einer von der Seite kommt, dann merkst du es und dann kannst du dich eben per Schulterblick orientieren, wo ist er. Aber Seitenspiegel beim Kart, man weiß nicht, wo willst du den anbringen. Und er wäre spätestens nach drei Runden wahrscheinlich eh abgefahren. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Frage, wie ist das denn mit dem Vergleich zu E-Carts bei uns auf der Strecke, gerade wegen Drehmoment und auch Drehzahl? Gut, also wir haben Erfahrungen sammeln können mit einem E-Cart hier auf der Strecke, einfach um zu gucken, ob das was für uns ist. Generell ist es so, hier auf dem Streichasphalt ist eine normale Einstellung oder eine starke Einstellung bei einem E-Cart keine gute Idee. Das hat einfach den Hintergrund, dass, wie schon angesprochen, das Kart hat sehr hohes Drehmoment. Das ist hier eher zum Nachteil. Wenn wir das E-Cart auf die gleiche Power stellen, wie es unsere 7 PS-Carts hier haben, dann ist es deutlich so, dass das Drehmoment an und für sich gar nichts bringt, weil wir haben bei einem E-Cart deutlich, deutlich mehr Gewicht wie bei einem ganz normalen Chassis-Cart, so wie wir es hier haben. Da sprechen wir mal gut und gar von 70 bis 100 Kilo Unterschied, alleine von den Batterie-Packs und so weiter. Und wenn du dann diese sogenannte Boost-Funktion zum Beispiel benutzt, ist das für hier nicht wirklich gut geeignet, würde ich jetzt mal sagen, weil da einfach so viel Drehmoment am Start ist, dass du dich drehst. Und das haben wirklich gute Fahrer hier auch getestet. Also wir werden da einsetzen, aber wenn ich fahre, dann geht es. Und es ist schon so, dass auch wirklich Leute, die hier professionell Kart gefahren sind, auch schon das probiert haben und selbst die Schwierigkeiten hatten damit. Aber in der normalen Einstellung von 7 PS her, macht ein E-Cart nicht so viel Spaß wie unsere Verbrenner, weil einfach zu viel Gewicht da ist. Genau. Dann wäre ich noch die Frage, kann man ohne Ankündigung vorbeikommen? An und für sich ja, aber ihr habt halt leider kein Gewehr, dass ihr auch fahren könnt. Von daher empfiehlt es sich immer, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ruft an und fragt nach, hey, ist die Strecke aktuell frei? Beziehungsweise können wir fahren, Trainingsfahrten oder Rennpaket? Da kommt es dann auch immer so ein bisschen drauf an, von wegen, was möchtet ihr fahren? Wenn es eine Trainingsfahrt ist, habt ihr eher mal die Möglichkeit, einen Slot zu kriegen, Rennpaket, müsst ihr gucken, ob gebucht ist oder nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt, anrufen, fragen, hey, haben wir gerade irgendwelche Slots frei oder können wir irgendwas buchen? Oder der zweite Punkt ist, wenn ihr einen Tag vorher, zum Beispiel für den nächsten Tag, könnt ihr bei uns auf der Homepage gucken, wie aktuell die Strecke ausgebucht bzw. geplant ist und könnt auch da dann online Reservierungsanfragen schicken. Also bitte nicht ohne Gewehr, vor allem am Wochenende einfach vorbeikommen und denken, ihr könnt zu 100% fahren, weil das klappt leider nicht immer. So ist es. Deswegen immer vorher erkundigen, ob man vorbeikommen kann oder nicht. Dann kam noch die Frage, können die Rhinos mal die Kartbahn bei euch übernehmen? Ich glaube, für die, die es nicht wissen, das ist eine Gruppe aus ein paar YouTubern, die ab und zu mal so ein Geschäft übernehmen. Ich glaube, einen Dönerladen haben sie schon mal gemacht und aber auch einige andere Sachen, auch so ein Restaurant oder sowas. Mega cool. Deswegen, wir machen es einfach mal anders. Liebes Rhinos-Team, wenn ihr dieses Video seht, wir werden sie auf jeden Fall verlinken, wenn ihr Bock habt, mal hier die Kartbahn für einen Tag zu übernehmen, natürlich in Bekleidung mit uns, wie es normalerweise immer ist. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt uns über YouTube kontaktieren, über Instagram, wie auch immer, wie ihr Bock drauf habt. Wir können auch gerne mal vorher kurz schnacken. Wenn ihr da Bock drauf habt, teilt auch gerne dieses Video weiter an die Jungs, damit die das sehen. Und klar, vorstellen können wir das uns auf jeden Fall. Und lustig wäre es mit Sicherheit. Davon kann man stark ausgehen. Ja, das war auch schon die letzte Frage. Ja, perfekt. Okay, super. Dann haben wir wieder ein paar gesammelt. Ihr könnt weiterhin wieder sammeln und uns die Fragen gerne zukommen lassen, entweder über Instagram oder über die Kommentare. Wir werden sie natürlich, wie ihr kennt, immer wieder in regelmäßigen Abständen beantworten. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. War heute wieder ein bisschen ein informativeres Video, aber ihr könnt euch auf jeden Fall, wie immer, schon auf was Lustiges freuen. Bei uns rattert schon so ein bisschen. Von daher, genießt noch euren Abend, euren Tag oder euren Morgen, je nachdem, wie ihr das Video seht. Okay, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.